Abi 2024, berufliches Gymnasium Baden-Württemberg, die zweite Vektorgeometrieaufgabe mit Hilfsmitteln. Also was haben wir gegeben? Wir haben den Punkt A gegeben und den Punkt C gegeben und die Gerade H gegeben. Und dann gibt es wohl noch eine Gerade G, die durch die Punkte A und C verläuft. Und jetzt soll man zeigen, bei A, dass G und H in einer gemeinsamen Ebene liegen. Also diese Gerade hier und die Gerade, die wir schnell aufstellen können, die durch A und C geht. Wann liegen denn Geraden in einer gemeinsamen Ebene? Eigentlich doch in drei von vier Fällen. Überlegt euch mal, wenn zwei Geraden identisch sind, liegen sie natürlich in einer gemeinsamen Ebene. Wenn sie parallel sind, liegen sie in einer gemeinsamen Ebene. Wenn sie sich schneiden, liegen sie in einer gemeinsamen Ebene, eben die Ebene, die beide Geraden dann enthält. Nur wenn sie eben windschief sind, das könnt ihr euch mit zwei Stiften im Raum kurz vorstellen, dann liegen sie eben nicht in einer gemeinsamen Ebene. Also das heißt, wenn die hier in einer gemeinsamen Ebene liegen sollen, dann müssen wir ausschließen, dass sie windschief sind. Gut, also, legen wir los. Wir haben gleich mal die Gerade G aufgestellt. Das ist der Ortsvektor von A, glaube ich, und der Verbindungsvektor von A und C als Richtungsvektor. Und dann vergleicht man das natürlich gleich mal mit der Geraden H, die Richtungsvektoren, und sieht, die sind keine Vielfachen voneinander. Das heißt, die beiden Geraden sind schon mal nicht identisch und auch nicht parallel. So, dann sollten die sich schneiden, weil sonst würden sie ja windschief liegen. Man setzt sie gleich, die Geraden, ordnet eine Runde. Das mache ich jetzt schnell, das könnt ihr ja auf Pause drücken, in Ruhe nachrechnen. Alles einfache Rechenschritte. Dann macht ihr aus jeder Zeile hier eine Gleichung. Zack, zack, zack. Und löst dann das LGS, schnappt euch zwei Gleichungen, bestimmt R und S und macht eine Probe in der dritten. Und dann seht ihr, dass es eine wahre Aussage gibt. Damit schneiden die sich. Okay, also das heißt, wir haben zwei Geraden, die sich schneiden. Wie geht die Sache weiter? Jetzt soll man eben eine Koordinatengleichung von der Ebene bestimmen, in der die beiden Geraden liegen. Kriegen wir hin, müssen wir uns überlegen. Das hier ist der schnellste Weg. Dann kann man einfach sagen, okay, stellt euch vor, ihr habt hier eine Ebene und dann liegt die eine Gerade drin, die andere Gerade liegt drin. Und dann, wenn wir den normalen Vektor suchen, der normalen Vektor steht ja senkrecht auf die Ebene und damit auch senkrecht auf allen Vektoren, die so in der Ebene verlaufen, senkrecht natürlich auf den ersten Richtungsvektor, senkrecht auf den zweiten Richtungsvektor. Und mit der Bedingung kann man doch dann die Einträge vom normalen Vektor bestimmen. Wenn man sagt, ich brauche einen Vektor, der sowohl senkrecht darauf ist, als auch darauf, dann ist das Kreuzprodukt natürlich genau richtig. Ja, bildet ihr das Kreuzprodukt aus den Richtungsvektoren. Ja, wisst ihr ja, glaube ich, wie es geht. Oder ihr habt ja auch die Merkhilfe, minus 4 mal 2, minus 2 mal minus 2. Es gibt eigentlich minus 4. Also ich habe hier in blau mal die Werte hingeschrieben. Das wären die eigentlichen Werte. Ihr könnt ja den Vektor mit minus 1 durchmolypizieren, dann habt ihr den hier. Als normalen Vektor dürfen sich beide bezeichnen, weil sie ja beide senkrecht auf die Ebene stehen. Und wenn ich praktisch den Vektor mal minus 1 mache, steht er immer noch senkrecht. Genau, also, ja, das ist der erste Gedanke. Mit dem Kreuzprodukt, mit dem Vektorprodukt, einen normalen Vektor bilden. Den könnt ihr dann gleich mal in die Koordinatenform einsetzen. Und dann braucht ihr halt eben noch einen von den Punkten. Hier ist der A, haben wir eingesetzt. Und kommt raus, D gleich 12. Und dann haben wir schon mal die Koordinatengleichung oder eine Koordinatengleichung von der Ebene. Die Aufgabe C ist super nett. Da müsst ihr einfach nur die Spurpunkte bilden. Also Spurpunkte sind ja die Schnittpunkte der Ebene mit den Achsen. Also mit der X1-Achse zum Beispiel, da ist ja X2 und X3 0. Dann setzt man einfach X2 und X3 0. Also da eine 0, da eine 0, löst nach X1, davon ist fertig. Und bei der X3 zum Beispiel, da ist X1 und X2 0, also 0, 0, dann haben wir X3 gleich 6. Und dann macht ihr noch eine schöne Zeichnung und dann habt ihr die Punkte. Okay, so, jetzt kommt so der nächste Teil. Das sind so drei Teile. Also, A und C sind gegenüberliegende Eckpunkte. Eines in der Ebene, also in dieser Ebene hier oben, liegenden Quadrats, Mittelpunkt M. Und dieses Quadrat, bla bla bla, Pyramide, das können wir uns gleich anschauen. Und dann können wir uns erstmal kurz das hier, die Aufgabe D, zeigen Sie, dass ein weiterer Eckpunkt des Quadrats die Koordinaten minus 1, 2, 4 hat. Und dann sollen wir die Koordinaten vom vierten Eckpunkt berechnen. Also, ich habe mir auf jeden Fall hier eine Skizze gemacht. Das finde ich dann viel einfacher. Den hier haben wir, den hier haben wir. Und den hier sollen wir nachweisen, dass es ein Eckpunkt ist, dass der jetzt nicht irgendwo hier liegt. So, wichtig, das haben meine Schüler vergessen. Zunächst einmal soll man ja nachweisen, nicht nur, dass es ein Quadrat ist, sondern dass es in E, das Quadrat in E liegt. Deswegen, der Punkt A und der Punkt C, die liegen ja auf der Gerade und damit sicher in E, aber der Punkt B ja mal noch nicht sicher. Deswegen B nehmen, einsetzen und dann habt, dann könnt ihr nachweisen, dass der in der Ebene liegt. Ein Punkt oder ein B, das ihr nicht verpassen solltet. So, und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten. Der schnellste Weg, den B, oder ein schneller Weg, den nachzuweisen, dass B wirklich ein Eckpunkt vom Quadrat ist. Was hat denn ein Quadrat für Eigenschaften? Rechter Winkel soll es dann natürlich sein. Also der Vektor B, A und B, C sollten dann rechtwinklig sein. Und die Strecke hier, die Vektoren oder die Strecken sollten gleich lang sein. So haben wir es jetzt hier gemacht, dass wir einfach nachgewiesen haben, B, A mal B, C gibt im Skalarprodukt 0. Deswegen rechter Winkel. Und B, A und B, C sind gleich lang. Ja, ihr könntet auch, gibt auch andere Möglichkeiten. Ihr könntet zum Beispiel auch zum Mittelpunkt M gehen. Ihr könntet mit A und C den Mittelpunkt M ausrechnen. Und dann könntet ihr den Vektor von A zu M bilden und nachweisen, dass der Vektor von M zu B senkrecht ist und gleich lang. Und so weiter gibt es Möglichkeiten. Genau, und der vierte Punkt, D soll man noch bestimmen. Na, den können wir doch einfach mit so einem kleinen Vektorzug bestimmen. Dann O, A plus B, C hier hoch. Also hier vom Ursprung. Immer wenn ihr die Koordinaten von einem Punkt möchtet, müsst ihr die Vektorzüge bilden, die beim Ursprung anfangen. Also vom Ursprung zu A und dann von A den Vektor B, C hoch. Dann habt ihr 3, 0, 0. Okay, dann nächste. Bestimmen Sie die Koordinaten einer möglichen Spitze der Pyramide, sodass diese die Höhe 12 hat. Okay. Also, da müssen wir auf jeden Fall mal Höhe 12, genau. Dann brauchen wir von dem Quadrat natürlich mal den Mittelpunkt. Den kriegt man easy raus. So haben wir es hier auch gemacht. O, A plus 1,5 mal A, C. Das ist, glaube ich, so genau der logische Weg. O, A plus 1,5 mal A, C. Okay, dann haben wir den Mittelpunkt. Und dann können wir ja vom Mittelpunkt aus einen senkrechter Vektor hochnehmen. Da können wir wieder unseren normalen Vektor nehmen. Und der muss jetzt, dann müssen wir praktisch, dann starten wir beim Mittelpunkt und dann müssen wir jetzt den normalen Vektor hoch. Und der hat, wir müssen jetzt 12 Längeneinheiten hoch. Wenn der normalen Vektor zufällig die Länge 1 hätte, dann könnte man den 12 mal aneinandersetzen. Aber der hat ja nicht die Länge 1. Deswegen rechnen wir mal kurz aus, wie lang der ist. Betrag von dem Vektor bilden. Erster, Eintrag quadriert, plus zweiter, plus dritter. Alles zusammen. Der ist 3 lang. Das heißt, wir müssen 4 mal den normalen Vektor dranhängen. Wir können einmal die Spitze unten setzen mit Minus und einmal die Spitze oben. Ja, dann kriegt er eben 2 mögliche Punkte für S raus. Okay, und jetzt noch die schwierigste Aufgabe. Da hatten meine Schüler Probleme damit. Aber ich glaube, das lag einfach da dran, weil es die letzte Aufgabe vom Abi war und dass man da irgendwie erschrocken ist. Aber eigentlich, wartet es ab, was am Ende sagt. Ich glaube, eine machbare Aufgabe. Eine weitere gerade Pyramide mit der Grundfläche ABCD hat die Spitze R und wird vertikal aus der X3-Richtung beleuchtet. Okay, also wir haben eine weitere Pyramide, die die gleiche Grundfläche hat. Es entsteht ein Schatten in der Ebene E. Der Schattenpunkt der Spitze R ist R'. Okay, also zunächst mal, bevor ihr euch das alles anschaut, begründen Sie, dass der Schattenpunkt, also zunächst mal, ohne jetzt das mit der Höhe, einfach nur begründen, dass dieser Punkt hier, der Punkt hier, außerhalb der Grundfläche ABCD liegt. Ja, also das einfach, dieser Punkt R' hier nicht drin liegt. Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Wenn ihr euch, naja, die einfachste ist, euch das einfach anzuschauen. Guckt mal, was doch da auffällt vielleicht. Der hat eine negative X3-Koordinate. Das heißt, der liegt unterhalb der X1-X2-Ebene. Und die Punkte ABC, die sind ja alle, die haben ja alle positive X3-Lösungen. Wo sind sie denn im Moment? Also hier, der D hat 0. Die anderen Punkte, Moment, müssen wir auch gucken, die haben alle, glaube ich, positive Werte. Ja, 4, auch 0. Das heißt aber, keiner von den Punkten, der C hier unten, ist auch noch, wo ist er denn? Genau, der ist auch bald auf der Höhe 4. Das heißt, die sind alle oberhalb, oder zumindest auf der X1-X2-Ebene, eben nicht drunter. Und damit ist es ja schon geklärt, dass der halt da nicht drin liegt. Wenn man das nicht sieht, weiß ich nicht, gibt es auch da natürlich verschiedene Möglichkeiten. Man könnte, also stellt euch mal vor, der liegt hier. Dann könnte man ja auch irgendwie messen, welchen Abstand er vom Mittelpunkt hat, zum Beispiel. Genau, welchen Abstand er vom Mittelpunkt hat und dann der größte Abstand, den man ja haben kann, wäre, dann könnte man das vergleichen mit dem Abstand vom Mittelpunkt zu C. Und wenn der Abstand halt eben viel größer ist, liegt er da nicht drin. So. Oder anders, geht auch. Okay, ähm, dann, die allerletzte Teilfrage, berechnet sie die Koordinaten der Spitze R? So, also, dann müsst ihr es euch nochmal durchschauen. Wir haben, ähm, eine neue Pyramide, die die gleiche Grundfläche hat, ABCD. Und die hat eine Spitze R und da wird jetzt senkrecht von oben ein Schatten drauf, äh, gesetzt. Also kommt der Schatten runter und das ist der Punkt, wo der Schatten dann aufkommt, sozusagen auf der Ebene. So, der Gedanke ist jetzt so, wir müssen ja die Spitze R berechnen. Ja, also, dann müsst ihr, hier sind die, sind die Eckpunkte und hier irgendwo ist die Spitze R, hier oben zum Beispiel, ne, so, na, sorry, so, also hier stellt euch so eine Pyramide vor und hier ist die Spitze R, die wollen wir. Dann können wir doch, dann ist der Gedanke einfach, dass man sagt, okay, die Spitze R, die muss ja auf jeden Fall auf einer senkrechten Gerade durch den Mittelpunkt sein. Das sei denn, also wenn man so entlang der Höhe hoch geht. Okay, also Mittelpunkt nehmen und im normalen Vektor einfach senkrecht hoch, das ist eine Gerade, wo die Spitze R drauf sein soll. Okay, kapiert man, glaube ich. Und jetzt gibt es noch eine zweite Gerade, die man aufstellen kann, wo die Spitze R auch drauf sein sollte, nämlich, die Spitze R wird ja als Erstrich, als Schattenpunkt runtergespiegelt, ne, Erstrich haben wir. So, und der Schatten, der verläuft ja einfach senkrecht runter, ne, der verläuft einfach nur in X3-Richtung runter. Dann könnte man doch sagen, ich nehme den Schattenpunkt Erstrich und gehe von dem aus einfach senkrecht hoch mit dem 001 ganz hoch und dann habe ich eine andere Gerade, so der Schattenwurf und da sollte die Spitze R auch drauf sein. Und die zwei schneiden wir miteinander. Ja, das ist einerseits diese Gerade entlang der Höhe, dann ist diese Gerade, hier ist der Erstrich und im Schatten, der Schatten halt rückwärts hoch, haben wir das hier und dann wird es gleich gesetzt und man schneidet halt eben die Geraden, ich denke, Geraden schneiden könnt ihr, dann ordnet ihr und löst auf und habt R und S und wenn ihr das dann einsetzt, habt ihr diesen Punkt R. Okay, ähm, wie gesagt, meine Schüler, die meisten haben es nicht hingekriegt, aber die haben auch schon fünf Stunden Abi geschrieben. Ähm, was kann ich euch da als Tipp geben? Wichtig ist natürlich, dass man sich irgendwie eine Skizze macht, irgendwie malt und versucht, genau, aber nicht und, ja, und sich nicht verunsichern lässt, wenn da noch eine zweite Pyramide reinkommt. Und ihr seht schon, ne, das hört sich schon super kompliziert an mit Schattenwurf und so weiter, aber, ne, oftmals ist hinter der Beschreibung, äh, gar nicht, die Aufgabe dahinter gar nicht so wirklich schwer.